Als Fachkräfte leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der deutschen Wirtschaft. Als Fachkräfte erarbeiten und sichern wir Zukunftsperspektiven für uns und für dieses Land. Deutschland braucht Fachkräfte, um die großen Herausforderungen der Gesellschaft zu meistern. Die Politik braucht mehr Fachkräfte, die interkulturell denken können und handeln wollen. Und wir alle brauchen die Fachkräfte, ganz besonders im Bundestag. Jetzt hast du die Wahl! Stärke am 24. September die demokratischen Fachkräfte und gestalte deine und Deutschlands Zukunft. Geh wählen!